Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow Warrior Classic Redux. Wir sind im Level Restaurant. Ja, das müsste jetzt auch Folge 25 sein hier. Ja, sagst du jetzt noch. Oh, oh, los rein da. So, ich habe reserviert. Oh, oh. Ich wusste es, wenn der so viel aushält, ja. Oh, oh. Da habt ihr. Portable Medkit. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass wir hier noch ein normales Medkit irgendwie finden. Oh. Ja, da oben. Äh? Ah. Wir haben jetzt schon den roten Master Key. The Bento Noodle. Ja. Ja. Die haben einen eigenartigen Eingang hier, ne? Also man kommt hier über so einen komischen Steg. Oh, was war das? Nein, die haben hier nicht ernsthaft Scheiße auf dem Herd. Boah, wie ist das denn jetzt passiert? Oh, wie ist das denn jetzt passiert? Okay. Oh, wollen wir da rein? Oh, oh. Oh, den kenne ich noch nicht. Aber ist ein lauschiges Plätzchen. Oh. Ich will da runter. So, einer war hier noch, ne? Keine Mund. Oh. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ach guck mal Eine kleine Piepshow hier Hä? Ich habe jetzt aber immer noch keine Keycard oder sowas bekommen Und hier ging es ja auch nirgends mehr weiter Ich höre zwar noch jede Menge Gegner Dann komme ich denn hier nicht mehr hoch Also das hier bekomme ich nicht auf Und hier unten war doch nichts mehr, oder? Doch Da geht es noch weiter Ja komm Was war das denn schon wieder? Oh, der letzte Save war noch im letzten Level Okay Dann speichern wir jetzt hier Gleich am Anfang Irgendwann ist das auch nervig, ne? Dieses Ja, ja, Don Wan Wang Oder was immer die auch sagen So, ich weiß, da hinten war auch noch einer drinnen Wenn wir mal Gleich ein bisschen Aufräumen hier in dem Schuppen So Okay, das geht nicht auf Silver Key Ja, den hatten wir ja gefunden Jetzt haben wir hier erstmal den Red Key So Safety first, ne? Da Ja, das geht nicht an Ja, das geht nicht Aber ieth Schuss Wann Was Bescheide Wann 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 Oh Mann, stimmt, da war er. Okay, muss ich warten. So. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so Genau, es sind neue Gegner aufgetaucht. Deswegen bin ich hier gestorben. Oh, überall. Ich speichere mal lieber wieder. Ah, verdammt. Ich bringe mich hier noch selber um. Oh, ich habe gerade einen Schalter entdeckt hier. Okay, den Silver Key. Ich hatte vorhin irgendwo ein Tor gesehen, wo wir den gebraucht hätten, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo ein Medkit oder sowas finden. Das hatte ich. Ah, Silver Key. Oh, Mann. Will ich da runter? Da ist ein Medkit. Wie haben die denn das gemacht? Normalerweise sind die Regale ja auch nur Sprites, ne? Also mit dem Fach hier, das... Ah ja, okay. Okay. Oh, will ich wissen, was da drin ist in dem Becken? Ah, okay. Komm, die Keycard. Mann. Mann. So. Ich habe die grüne Keycard. Damit kommen wir hier rein. Ah, ich habe die grüne Keycard. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach man, wo kommt denn das her? Das mit diesen Schächten finde ich auch ganz, ähm, ganz verdächtig, ja. Und dass das hier auch noch überall so dunkel sein muss. Ich hoffe, ihr seid alle tot. Oh, aber haben wir jetzt den Schlüssel? Ja. Wird denn hier sein Büro? Oh Mann. Wir haben jetzt, äh, den letzten Schlüssel. Die Tür, die war hier irgendwo, ne? Ja. So, das ist wieder eine verdächtig aussehende Tür. Bei Brunnen muss ich instinktiv immer gucken, ob man da tauchen kann. Oh Mann, 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 Mann. Ciao. 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 Ein echt eigenartiger Level-Aufbau hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Das sieht mir aus wie Bahnhof oder Flughafen oder irgendwie sowas. Fahrstühle. Nix geht. Alles abgesperrt. Ja, das Level-Ziel. Bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.